Wie lange zieht sich das hier jetzt noch? Meine Kraft ist weg! Es hat mich ein secretes Wasser gemacht! Ich suche jetzt nicht noch nach irgendwelchen Geheimen verstecken. Ich suche jetzt nicht mehr. Ich habe es geschafft! Das war ein bisschen schwer! Lass mich damit bloß in Ruhe! Ja, ein Sonic-Level! Ja! Ja! Hey, ein Leben! Finde ich gut! Ernsthaft? Weil ich gesprungen bin! Ich habe das Wettbewerbs. Ich habe das Wettbewerbs. Lass mich das Wettbewerbs! Schauen Sie die Wettbewerbs. Die Wettbewerbs werden geöffnet und Zeitpunkt ist. Jetzt kann ich die Wettbewerbs. Oh. Wow, Sonic kann klettern. Find ich gut. Bounce Attack. Okay, ja. Kenn ich aus Sonic 06. Wow. Das war jetzt gerade überhaupt nicht kacke. Okay. Okay. Ach komm. Ich wusste doch, dass das geht. Ich sollte nicht ständig springen. Ich wusste, dass das passieren würde. Was hat das jetzt getan? Was hat das funktioniert? Was hat das funktioniert? Okay, wohin damit? I found the key to the door at the dead end over there. Bring it here to open the door. Lass mich raten. Ich denke mal, das ist so angelegt worden, dass man das gerade so schafft, deshalb warte ich nochmal gerade. Huh? 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 Oh, diese blöden Geister, ne? Huh? 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 echt gut ja Oh nein! Oh nein! Ja! Wie schlecht. Ja, richtig schlecht. Ja, richtig schlecht. Looks like we're heading toward the center of the base. That Egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. The door is locked. We need a key to get in there. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Scorpion Tattoo, what? Hier oben. It's over. Lame. Nice. Let's go. Moment. Aber der erste Schlüssel wurde hier in dem Bereich angezeigt. Da bin ich jetzt doof. Bevor ich gestorben bin, wurde der Schlüssel hier angezeigt. Untertitelung des ZDF, 2020